Ich habe euer Versteckspiel längst durchschaut. Ich weiß, dass Erika und du, dass ihr euch liebt. Ich habe mich entschlossen, Barbara auf ihrer Reise nach Singapur zu begleiten. Ich möchte sie nicht verlieren. Heißt das, du willst Friedenau verlassen? Endgültig? Ausgerechnet du? Isabelle? Hör doch auf mit deiner Heuchelei. Ich habe nicht vergessen, wie du mein Glück zerstört hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn du Sebastian meinst... Du hast genau gewusst, was er mir bedeutet. Ich wollte dir nicht wehtun. Das wollte ich nie. Aber ihn, ihn wolltest du. Ja, aber erst nachdem zwischen euch Schluss war. Sebastian hat sich doch nur von mir getrennt, weil du dich ihm an den Hals geworfen hast. Du hast ihn mir weggenommen. Nein, Isabelle. Sebastian ist auf mich zugekommen. Er brauchte jemanden zum Reden, genau wie ich, als ich von deiner Krankheit erfahren habe. Die kamen euch ja wie gerufen. Ja, ich musste auch erst lernen, damit umzugehen. Und weil das zu zweit besser geht, hast du ihn mir ausgespannt. Für dich hat es vielleicht so ausgesehen, aber es war nicht so. Und... ach, das alles liegt doch schon so lange zurück. Seit wann weißt du es? Arno hat mir jetzt... Herr Brandner hat mir erzählt, dass ihn vor kurzem seine Verlobte verlassen hat, wegen einer Frau. Und von mir weißt du, dass Erika mit ihm zusammen war. Ja, da war es doch klar, dass ihr beide ein Paar seid. Es tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Nina. Warum warst du nicht ehrlich zu mir? Ich konnte nicht. Ich wollte es dir die ganzen Jahre sagen, aber... Irgendwie habe ich den richtigen Moment verpasst. Ich hatte Angst. Angst, du könntest mich nicht mehr lieben, weil ich anders bin. Ach, so ein Unsinn! Ich liebe dich so, wie du bist! Ich... ich dachte, wir könnten über alles reden. Verstehst du über alles? Ich habe dich enttäuscht. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin traurig, weil ich nicht verstehen kann, dass du mir nicht mehr vertraut hast. Oh, entschuldige, störe ich? Nein. Ich wollte mich nur vergewissern, dass die Ringe auch noch da sind. Als Christoph und ich geheiratet haben, da kam mir das auch wie ein Traum vor. Hättest du es dir anders überlegt, wenn du gewusst hättest, wie sehr Clarissa die das Leben hier zur Hölle macht? Christoph hat dir gesagt, dass ich Clarissa beinahe umgebracht hätte. Aber er hat mir auch gesagt, dass er dich nach Singapur begleiten will. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Es ist noch nicht entschieden, ob er mitkommt. Es klang aber so, als wäre es beschlossene Sache. Ich habe um Bedenkzeit gebeten. Warum das denn? Ich meine, was gibt es da noch zu überlegen? Natürlich möchte ich gerne, dass dein Vater mitkommt. Aber ich bin nicht sicher, ob er das wirklich will. Natürlich will er das. Sonst hätte er dir doch nie den Vorschlag gemacht. Ich wollte, ich könnte das auch glauben. Ihr habt so viel miteinander durchgemacht. Jetzt seid ihr einfach mal an der Reihe glücklich zu werden. Ja. So wie Carolin und du. Und jetzt friedend frage ich mich, ob du nichts Besseres zu tun hast, als am Vorabend deiner Hochzeit mir gute Ratschläge zu geben. Stimmt eigentlich. Ich gebe ja zu, dass es ein unglücklicher Zeitpunkt war, sich in Sebastian zu verlieben. Aber ich wollte dir niemals wehtun. Das musst du mir glauben. Ach, dir war doch schon immer egal, was aus mir wird. Oh, das ist nicht wahr, Isabel. Du hast immer nur an dich gedacht. Ich wollte immer, dass du gesund wirst. Dafür habe ich alles getan. Ich weiß, dass du meine Behandlung bezahlt hast. Aber du wolltest doch nur dein schlechtes Gewissen beruhigen. Ich habe dich durchschaut. Du verrennst dich da in etwas, Isabel. Ich liebe dich. Dann hast du eine seltsame Art, das zu zeigen. Sebastian hat sich für mich entschieden, als es längst aus war zwischen euch. Trotzdem habe ich dich hundertmal um Verzeihung gebeten. Warum gibst du nicht zu, dass es dir Spaß gemacht hat? Du hast es doch förmlich genossen, vor meinen Augen mit ihm rumzumachen. Wir waren frisch verliebt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sehr du noch an ihm hängst. Morgen heirate ich. Und ich möchte, dass du ein Teil meiner neuen Familie bist. Wir können hier eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Du willst, dass ich hier wohne? Mhm. Ja, bitte. Der Wagen für Frau Moor ist vorgefahren. Ich komme. Und, ähm, es hat dir wirklich nichts ausgemacht, dass ich all die Jahre durch die Welt gezogen bin? Natürlich wäre es mir lieber gewesen, du wärst bei mir in den Staaten geblieben. Aber es ist doch dein Leben. Ich habe deine Erwartung enttäuscht. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich habe nichts erwartet. Ich wollte doch nur, dass du glücklich wirst. Ja, aber du hast dir doch immer Enkelkinder gewünscht. Ach, du glaubst, ich habe das für mich gewünscht. Ich habe für dich gehofft, dass du einen netten Mann findest. Mein Gott, all die Jahre haben wir aneinander vorbeigeredet. Hast du wirklich geglaubt, dass ich so egoistisch bin? Oh. Da ist aber einiges schiefgelaufen zwischen uns. Tut mir leid. Lass uns eine Nacht drüber schlafen, okay? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So langsam weiß ich, was die Leute am Fotografieren finden. Kaum hat man so ein Ding in der Hand, macht jeder was in den Weg. Hoffentlich haben wir keinen Stau, sonst kommen wir nur zu spät. Jetzt bleib doch mal ruhig. Caroline wird schon auch kommen. Na, wie sehe ich aus? Ist jetzt meine Krawatte richtig? Sie saß vor fünf Minuten richtig, vor drei auch und jetzt immer noch. Morgen. Da bist du ja, schön. Ah, dir scheint es ja wieder besser zu gehen. Ja, Mama und Christoph haben sich Gott sei Dank vertragen. Und ist ja alles in Ordnung. Worauf warten wir? Auf Caroline. Sie scheint es ja nicht besonders eilig zu haben, zum Standesamt zu kommen. Caroline weiß genau, was sie will. Und ich auch. Toll, siehst du aus. Ach, was sage ich. Hinreißen. Zauberhaft. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wir fahren halt schon mal vor, ja? Ja, es ist doch Zeit, sonst kommen wir noch zu spät. Keine Sorge. Wir müssen nicht noch ins Krankenhaus. Ich habe Isabella einen Fahrrad geschickt. Er bringt dir auch das Kleid mit. Sie kommt direkt ins Standesamt. Du bist wunderschön. Darf ich bitten? Ja. Probt ihr schon mal euren Ausdruck aus Frödenau? Ach nein, Henning heiratet ja heute seine kleine Kunsthebin. Was schenkst du den beiden eigentlich? Den Rutherford, den Horn oder gleich Frödenau? Es handelt sich wieder mal um ein Missverständnis. Du bekommst Frödenau nicht. Und ich begleite Barbara nach Singapur nicht wegen deiner leeren Drohungen, sondern weil sie meine Frau ist und weil ich bei ihr sein möchte. Du bist wieder mal ein wahrer Gentleman. Es ist gut, dass du das auch schon merkst. Mal sehen, wie lange ist das junge Paar Frödenau aushalten wird. Ignorier sie einfach. Heiraten ist ganz einfach. Sie müssen nur Ja sagen. Aber ein wichtiges Ja. Ihre Verlugte ist doch bei Ihnen. Zum Glück. Sonst hätten Sie ja heute nichts zu tun. Stimmt. Entschuldige, wir hatten noch ein paar Platzprobleme. Hauptsache, ihr seid überhaupt da. Darf ich Sie gleich bitten, hier Platz zu nehmen? Danke, und wie. Ich auch. Oh. Ist es dir nicht mehr recht, dass wir einen kleinen Kreis erraten? Oh doch. Die kirchliche Trauung holen wir ihr nach, sobald Isabelle wieder ganz gesund ist. Wo ist die eigentlich? Oh, vielleicht steht sie im Stau. Ich ruf mal lieber in der Klinik an. Ach, sie wird schon kommen. Okay. Okay. Endlich. Isabelle, ich freue mich ja so. Die haben uns schon Sorgen gemacht. Schön, dass Sie da sind. So, fertig. Von mir aus kommen wir. Oh nein. Was? Ich habe vergessen, die Blumen abzuholen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich hole ja schnell meine Tasche. Ähm, bringst du mir meine Beine mit? Ja. Ja. Wo bleibt der denn? Wo kommt der denn nicht? Ich... Äh... 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 Soll ich gar die Sachen wieder drauf, so? Morgen! Hallo? Hallo? Oh. Ja. Wie oft benutzen wir dieses Wort im täglichen Leben? Und wie wenig Bedeutung messen wir ihm bei. Aber heute wird sich für Sie beide mit diesem kleinen Wort vieles verändern. Sie versprechen füreinander da zu sein, sich zu lieben, in guten wie in schlechten Tagen. Wie aufregend. In guten Tagen sollen die Trauzeugen Sie als Kamerad und Freund begleiten. In schlechten Tagen sollen sie Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sicher wird es nicht immer einfach sein. Aber ich bin überzeugt, Sie schaffen das. Und nun kommen wir zum feierlichen Augenblick. Ich möchte Sie bitten, sich zu erheben. Henning Christoph August von Anstetten. August? Ich frage Sie, wollen Sie die hier anwesende Caroline-Sophie Moor zu Ihrer rechtmäßig angetrauten Frau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Caroline-Sophie Moor, wollen Sie den hier anwesenden Henning Christoph August von Anstetten zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Mann nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Hiermit erkläre ich, dass Sie Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dankeschön. Ich liebe dich. In guten wie in schlechten Tagen. Darf ich Sie bitten, wieder einen Platz zu nehmen? Ich brauche Zeit zu kommen, wenn Sie unterscheiden. Frau Moor, darf ich Sie untersprechen? Mama? Mama? Alles in Ordnung? Ja. Herr Brandner. Danke. Danke. Klaressa? Gut vorbereitet auf deinen großen Auftritt? Was meinst du? Deine ganz spezielle Art, bei größeren Veranstaltungen gewisse Akzente zu setzen. Das klingt fast so, als wartest du auf eine kleine Einlage von mir. Leider muss ich dich diesmal enttäuschen. Und was machst du dann hier? Eine Einladung hast du doch sicher nicht. Selbst wenn, hätte ich sie nicht angenommen. Moment. Das Risiko ist nämlich viel zu groß, Barbara zu begegnen. Sie hat sich nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Ich kenne die Hintergründe. Wenn du schon so gut informiert bist, weißt du sicherlich auch, dass Christoph und Barbara Friedenau verlassen werden. Hallo, Arno. Entschuldigen Sie. Liz. Na dann. Einfach ignorieren. Ja, was verschlägt sie denn her? Nina und Erika haben das Hochzeitsgeschenk vergessen. So sieht man sich wieder. Dankeschön. Danke. Aber eigentlich ist es ein Ding des Schicksals, dass wir uns hier getroffen haben. Ich wollte mich nämlich bei Ihnen entschuldigen, dass Nina und Erika ein Paar sind. Ich wusste das nicht. Und als Sie dann erfahren haben, wer ich bin, das muss eine furchtbare Situation für Sie gewesen sein. Es tut mir so leid. Ach, ich bitte Sie. Machen doch keinen Vorwurf. Gut. Dann gebe ich jetzt mal das Geschenk ab. Wiedersehen. Liz. Ja? Warum bleiben Sie nicht? Ich bin auch ohne Begleitung. Hätte ich doch nur schon früher gemerkt, dass ich das Geschenk vergessen habe. Hast du aber nicht. Wir können es ja später vorbeigrehen. Die beiden werden das schon verstehen. Na ganz mit leeren Händen stehen wir ja auch nicht da. Vielen Dank. Frau Mohr, Isabel, da Sie ja nun zur Familie gehören, ich bin der Christoph. Ich bin die Barbara. Herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Deine Vermittlung ist dir jetzt wohl nicht mehr nötig. Vielen Dank für den netten Empfang. Darf ich die Damen jetzt bitten, sich hier vorne zu versammeln? Meine Frau möchte den Brautsch rauswerfen. Wenn du ihn fängst, kenne ich dich nicht mehr. Wer sagt denn, dass ich dich überhaupt heiraten würde? Nein, das ist mit Ihnen. Nein, nein, ich möchte das Schicksal nicht unnötig herausfordern. Dann kommt es gut. So, alles bereit? Moment noch. Isabel. Henning. Keine Widerrede. So, alles klar. So. Und eins, zwei und drei. Ja. Isabella. Isabella, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Wenn du das sagst. Dass du doch noch gekommen bist, ist mein schönstes Hochzeitsgeschenk. Danke, dass du mir verziehen hast. Ich denke, wir sollten die Vergangenheit ruhen lassen, ja? Zumal wir jetzt unter dem Dach wohnen. Und du willst bei uns einziehen? Einer muss ja auf dich aufpassen, dass du keine Dummheiten machst. Hast du gehört, Henning? Ja. Christoph? Kann ich dich kurz sprechen? Ja, natürlich. Worum geht's denn? Ach, Clarissa. Sie hat vorhin eine Andeutung gemacht. Barbara und du, ihr wollt Frieden auch verlassen? Barbara ist Clarissas Intrigen nicht gewachsen. Sie hat einfach keine Kraft mehr, sich zu wehren. Besonders jetzt. Clarissa hat Barbara so lange provoziert, bis... Also... Barbara hat Clarissa beinahe umgebracht. Barbara? Entschuldige, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Wir sind die Nerven durchgegangen. Clarissa hat's also geschafft. Bestünde dir die Möglichkeit, dass Barbara eines Tages zurückkommt? Ja, aber nur, wenn Clarissa hier nicht mehr wohnt. Und wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann... Ich vertraue da ganz auf Henning. Er soll versuchen, während unserer Abwesenheit, Clarissa ein neues Domizil schmackhaft zu machen. Möglichst weit weg von Friedenau. Ja, aber wie soll? Wir haben da noch etwas in der Hinterhand. Aber bitte kein Wort zu Barbara. Sie glaubt, dass ich für immer hier weggehe. Christoph, willst du es denn für richtig, Barbara in dem Glauben zu lassen? Natürlich würde ich ihr viel lieber alles sagen, aber... in Barbaras Verfassung? Sie ist imstande und warnt Clarissa sogar noch. Nein, nein, es gibt keinen anderen Ausweg. Es ist die einzige Chance, sowohl Barbara als auch das Schloss zu behalten. So. Möchtest du auch ein Stück, Tante Schallert? Ja, gerne. Hallo, ihr beiden. Hallo, Elisabeth. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns das Hochzeitsgeschenk mitgebracht haben. Ach, keine Ursache. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Nina und mich einen Moment alleine zu lassen? Nein, nein, überhaupt nicht. Danke. Sollen wir jetzt reingehen? Ja, lass uns reingehen. Okay. Bis gleich. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie auch im Namen meiner Frau hier auf Friedenau ganz herzlich willkommen heißen. Dies ist für uns ein ganz besonderer Tag. Nicht nur für die Familie, sondern auch für das Brautpaar. Wir freuen uns sehr und es macht uns ganz glücklich, dass wir Carolin im Kreise der Familie begrüßen können. Lassen Sie uns anstoßen auf das junge Paar. Auf Carolin, Gräfin von Anstetten und auf meinen Sohn, der das Schloss im Sinne unserer Familie eines Tages weiterfühlen wird. Sie sind hier zum Wohl. Was bedeutet Friedenau? Zunächst einmal sehr viel Arbeit, aber Sie stehen in keinem Verhältnis zu den vielen schönen Stunden, die Ihr hoffentlich in diesen Mauern erleben werdet. Immerhin haben unsere Vorfahren alles getan, um dieses Schloss im Familienbesitz zu halten. Und Sie haben es zu dem gemacht, was es heute ist. Euer Zuhause. Es freut mich, dass du das Missverständnis mit Arno geklärt hast. Ach, das war kein Problem. Was mich viel mehr beschäftigt, das sind die Missverständnisse, die zwischen uns stehen. Ich wollte nie, dass du etwas tust, nur um mir zu gefallen. Aber das habe ich doch auch nicht. Das ist kurzer. Ich bin froh, dass du dein Leben lebst, wie es dir gefällt, ohne dir von irgendjemandem Vorschriften machen zu lassen. Trotzdem hast du immer gehofft, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wollte verhindern, dass du den Rest deines Lebens alleine dastehst. So wie du? Deshalb habe ich immer wieder gesagt, du sollst dir jemanden suchen. Ach, egal. Wie dem auch immer sei ich, ich bin sehr, sehr froh, dass du in Erika jemanden gefunden hast, der dich liebt und der dir zur Seite steht. Lass uns in Zukunft über alles reden, okay? Auch wenn es uns schwerfällt. Ja. Ja. Ich habe dich doch so lieb. Und ich werde euch nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bevor wir nun den offiziellen Teil beenden, möchte ich euch noch einmal alles Gute wünschen und euch mein Hochzeitsgeschenk übergeben. Ja, 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 genau diesen Ausdruck wollte ich auf euren Gesichtern sehen. Mein Geschenk ist etwas zu groß, um es euch in die Hand zu geben. Aber es hat etwas mit diesem Schimmel zu tun. Dieses Tier ist eine Art Symbol. Ein Symbol für das neue Gestüt hier auf Friedenau. Und das schenke ich euch zur Hochzeit. Ist das dein Ernst? Ja. Danke. Danke. Ein schöneres Geschenk hättest du uns nicht machen können. Ja, also nun ist der offizielle Teil wirklich beendet. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag hier auf Friedenau. Äh, du entschuldigst uns kurz. Wir sind gleich wieder dahin. Ja, ja, aber bleibt nicht so lange. War eine tolle Rede, hm? Mhm. Hey, was ist denn los? Ich hatte eigentlich erwartet, dass Herr Henning Friedenau überlässt. Nicht nur das Gestüt. Hm, na ja. Wir warten doch alle bei uns. Schließlich ist es unsere Hochzeitsfeier. Bei uns in Friedenau ist es üblich, dass das Brautpaar vorzeitig die Feierlichkeiten verlässt. Ach so? Und mein Vater hat mir gesagt, ich soll mich an diese Familientradition anhalten. Na dann. Na dann. Wir sollten weiterfahren. Wie Sie wünschen. Hier bist du. Nach der ganzen Aufregung wollte ich ein bisschen ausruhen. Eine schöne Geste Henning das Gestüt zu schenken. Bei ihm ist es in besten Händen. Meinst du nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, ihn ganz Friedenau zu überlassen? Du weißt, ich halte sehr viel von ihm, aber ob er wirklich schon so weit ist? Du brauchst mir nichts mehr vorzumachen. Ich weiß, dass du nach Singapur willst, um mich zu beruhigen. Aber von Friedenau wirst du dich nie lösen können. Doch, natürlich. Du bist meine Frau und wo du bist, will auch ich sein. Ja, das habe ich auch immer lange gehofft, aber jetzt weiß ich, dass unsere Ehe keine Chance mehr hat. Was sagst du da? Dieser Entschluss ist mir sehr schwer gefallen. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,